Liebe Fachgemeinde, ich darf Ihnen ein neues Werkstück der Gattung Eigenwerbung präsentieren und ich hoffe für Sie und ich hoffe es für uns alle, dass Sie die Information nicht nur aufnehmen, sondern auch verdauen können. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Promotion-Video bei PlayFamilyPromo bzw. PlayFamily.de. Da ich Trottel mich voll verquatscht habe mit dem Video und das 5 Minuten lang wurde, mache ich das jetzt etwas kürzer. Und zwar mein Kanalname ist TaddleLPs, ihr könnt mich auch Taddle oder Yannick nennen, wie ich in echt heiße. Ich habe 69 Abos und 7164 Videoaufrufe zu meinem Design. Mein Name mit ein paar Optical Flares. Mein Logo, was ich letztens auch gemacht habe. Und hier halt die Info, dass jeden Tag 18 Uhr ein Video kommt, ist auch ab dem 12. wieder so. Hier ist meine Kanalbeschreibung, kein 1080p, warum das so ist. Findest du meine Person, soll man mich fragen und mein PC bzw. mit was ich aufnehme. So, ich habe hier diese Ansicht genommen, ich weiß nicht mehr wie sie heißt. Auf jeden Fall neueste Videos, beliebteste Videos, Playlists, da war gerade Skype. Und zwar, damit ich hier diese Musik und Promotion und andere Gaming Channel habe. Hier das Starfuck Gaming Netzwerk und hier Musik und Promotion. Starfuck Gaming Netzwerk ist auch hier nochmal mit Blog und Forum verlinkt. Funktioniert eigentlich beide, aber mein Internet ist gerade langsam. Hier mein Road-to-Kernel-Status von dem Projekt, was ich hier auch mache, auf der Playstation 3. Und hier Nixcoper, ein Partner von mir noch zum Chat hier. Das ist halt Kanal, Kommentare, das werde ich aber noch rausnehmen, dass es bei diesen Abozahlen und so noch nicht so das wahre. Äh, ja, ich habe momentan hochgeladen 107 Videos, ein paar sind noch nicht freigeschaltet. Ähm, in Zwiften kommen wieder welche, da das hier dann wahrscheinlich später kommen wird, da kommt Red Faction Armageddon. Zum Beispiel, Road-to-Kernel bleibt auch noch immer mal abwechselnd und so. Dann ein bisschen Black Ops 2 Zombie oder so. Mal gucken. Ja, das war es eigentlich so zu meinem Kanal. Hier noch meine Playlists, hier so ein paar Gameplays, Giveaways, Road-to-Kernel, Lückenfiller, Daisy und so. Ähm, ja, Thumbnails selbst gemacht, alles halt, komm ich nicht selbst drum. Wäre viel zu viel, äh, finde ich voll blöd, das machen zu lassen. Vor allem will ich dafür kein Geld bezahlen oder so bei irgendwelchen. Ähm, ja, erstmal danke an Playfamily, dass ihr dieses Video ausstrahlt, wenn es jetzt nicht zu lang wieder geworden ist. Ähm, weil ich mich wieder so verkotzt habe. Und, ähm, vielen Dank an alle, die vorbeigucken werden. Und ja, das war's von meinem Kanal, bis dann. Hier, sag mal, ich hab überhaupt nicht verstanden, was der da am Anfang gesagt hat hier. Was ist denn da los? Ist der völlig wahnsinnig oder was? Sowas müsste nun mal verboten sein hier. Das war's von Planet Amsterdam, bis dann wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.